TPD hat uns unsere geliebte Minze und auch Menthol und viele andere Bestandteile von unserem Shisha-Tabak genommen. Hukain hat sich an das Problem rangemacht, hat Fog Your Life entwickelt, ein Zwei-Komponenten-System. Nicht das einzige auf dem Markt, aber definitiv mein Favorit, was diese Systeme angeht. Das gucken wir uns heute an. Zusammen mit der neuen Natural Base mischen wir uns mal ein Düschen an und gucken uns auch direkt noch marokkanische Minze an. Bevor wir uns die marokkanische Minze angucken, müssen wir aber erstmal anmischen. Dazu braucht man dann einmal so eine Molasse und auch noch einmal eine Base. Und da gibt es eben die neue Natural Base. Mit der neuen Steuerbanderole kostet das Ganze 14 Euro. Dazu kommt noch der Preis der Molasse. Die Natural Base von Hukain ist ein Burly-Tabak, der aber sehr stark processed ist. Also der wurde stark verarbeitet. Dem wurde ein Großteil von dem Nikotin entzogen. Normalerweise ist Burly-Tabak ja immer sehr, sehr stark. Manche mögen das, manche mögen das eben nicht so. Aber es gibt auch Leute, die diesen leichten Beigeschmack von dem Burly-Tabak mögen. Die etwas erhöhte Süße, aber nicht das Nikotin haben wollen, was ein Burly-Tabak normalerweise hat. Und da kommt jetzt die Natural Base ins Spiel. Es gibt ja schon die normale Base, die komplett auf einem Virginia basiert und relativ harmlos ist, was das Nikotin angeht. Natürlich ist Nikotin drin. Es soll auch noch die Dark Base rauskommen, die dann ebenfalls ein Burly-Tabak ist, der aber nicht bearbeitet ist. Das heißt, der wird dann auch deutlich stärker werden. Aber wir haben jetzt die Natural Base am Start. Wir machen mal eine Dose auf und dann gucken wir uns das Ganze dabei an. Schnappen wir uns mal eine von den neuen Dosen. Machen wir mal auf und da sehen wir, da liegt der Tabak drin. Dann schnappen wir uns unsere Flasche dazu. Dann einmal die Flasche schütteln. Ganz wichtig, damit sich das alles schön verteilen kann. Und dann einmal hier Kappe abdrehen und dann drüber kippen. Aber im besten Fall dabei schon mit Umrühren. Ich habe die Zweihandtechnik entwickelt, Freunde. In der einen Hand halte ich die Molasseflasche oben drüber. Gleichzeitig aber auch noch mit den Fingern die Dose fest. Und dann mit der anderen Hand kann ich hier schon ordentlich umrühren. Und da sieht man immer wieder, dass hier mal so trockene Stellen hochkommen. Und genau diese trockenen Stellen wollen wir nicht. Das heißt, einmal fleißig umrühren, bis das alles gleichmäßig aussieht. Und am Anfang sieht das schon sehr, sehr feucht aus. Bei der Natural Base geht es noch. Bei der normalen Base ist es nochmal deutlich schlimmer. Aber wenn man das dann verteilt hat und ein paar Tage stehen lassen hat, dann wird das deutlich besser. So, ab und zu mal hier die Gabel abstreifen. Da hängt nämlich viel, viel, viel Tabak dran. So, und dann wird weiter fleißig umgerührt. Auch mal wirklich hier von unten nach oben rühren. Nicht einfach nur hier so hin und her. Das gilt übrigens auch für beide Base-Varianten. Und so lasse ich das Ganze dann einfach stehen. Rühre das einmal am Tag um und warte dann zwei, drei Tage. Und dann ist das Ding auch wirklich wunderbar. Was man dann auch machen kann, wenn man seine Dose fertig angerührt hat, man kann sich noch die Molasseflasche suchen, dieses Label abziehen. Dann drehe ich die immer um. Also nicht mit der Seite nach vorne, sondern einmal genau umgekehrt. So, dann kann man da einmal das Label draufkleben. Und dann wissen wir auch immer, was wir in der Dose haben. Und so sieht Schnitt und Feuchtigkeit aus, wenn wir das Ganze dann ein paar Tage haben einziehen lassen. Ich kann euch auch nochmal den Dosenboden zeigen. So, und da seht ihr, bei mir ist keinerlei Molasse, also natürlich ein bisschen Feuchtigkeit, aber keinerlei Molasse-See auf dem Boden von der Dose. Genau so, wie das eben sein soll. So, angemischt und angeschmissen ist das Ganze. Hukain bzw. Fock Your Life sagen, dass das Ganze nach sechs Stunden ready to smoke sein soll. Und das stimmt auch. Es ist ready to smoke. Man kann es dann rauchen. Meiner Meinung nach sollte man es aber dann noch nicht rauchen. Ich finde, das Zeug braucht ein paar Tage, bis das wirklich eingezogen ist. Früher stand fünf Minuten drauf, jetzt steht sechs Stunden drauf. Vielleicht kriege ich Hukain ja irgendwann noch dazu überredet, da drei Tage drauf zu schreiben. Für mich muss Fock Your Life ein paar Tage einziehen. Und dann ist die Molasse auch wirklich da, wo sie sein soll, und zwar im Tabakblatt drinnen. Und dann hat man einen Tabak, der sowohl Minze, Menthol, als auch andere Sachen, die uns TPD verboten haben, drinnen haben darf. Und das ist was sehr, sehr Nices. Ihr seht schon, das Ding läuft hier mit zweieinhalb Kohlen auf dem Hukain-Popo. Manchmal kann ich den tatsächlich sehr, sehr angenehm mit zweieinhalb Kohlen wegrauchen, obwohl das ja jetzt sogar die marokkanische Minze ist. Also tendenziell ein Flavor, der ein bisschen anstrengend werden kann, wenn er zu viel Hitze bekommt. Aber Burley Tabak hat die Eigenschaft, dass er ein bisschen mehr Hitze abkann als ein normaler Virginia Tabak. Und das funktioniert auch wirklich. Also ich kann ihn sehr, sehr angenehm hier mit den zweieinhalb Kohlen rauchen. Ihr habt gesehen, wie hoch ich gebaut habe. Das ist ein gutes Kontakt-Setup, also mindestens Balkenkontakt, vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr. Irgendwas zwischen, ich sag mal, Noppen, Balkenkontakt und Vollkontakt. Aber er hat auf jeden Fall gut Kontakt. Und das funktioniert trotzdem wunderbar hier mit zweieinhalb Kohlen seit bestimmt schon zehn Minuten. Rauchentwicklung auch wunderbar. Da kann man sich, denke ich, nicht beschweren. Beschweren kann ich mich dann normalerweise eher weniger. Also das Rauchverhalten ist, wenn man den ein paar Tage hat einziehen lassen, wirklich wunderbar. Ich habe weder ein Drücken noch ein Kratzen. Das läuft wirklich super smooth. Für mich ist Fock Your Life einfach eine unglaublich gute Lösung geworden, wie wir TPD eben umgehen können. TPD hat uns mehrere Tabaksorten kaputt gemacht. Es wurden Sachen verboten, die zum Beispiel in einem Zitroneminze drin sein müssen, damit der richtig gut ist. Es wurde Minze und Menthol verboten, aber auch noch viele andere Sachen, die in einem Tabak drin stecken müssen. Zum Beispiel bei einem Cola. Man kriegt zwar einen Cola-Tabak auch mit TPD noch relativ gut hin. Gibt es ja zum Beispiel von Ocean. Aber dem fehlt vielleicht noch so das gewisse kleine Etwas. Und genau das kriegen wir dann halt wieder mit dem Fock Your Life Cola. Das ist wirklich mein absoluter Lieblings-Cola-Flavor. Dank kein TPD. Am schlimmsten ist das natürlich bei Minze- und Menthol-Tabaksorten. Das heißt, alles wo wir Eis oder wirkliche Minze drin hatten, kann keine Minze mehr drin sein. Wenn ihr euch einen fertigen Traube-Minze-Tabak kauft, darf es kein Traube- und Minze-Tabak sein. Es kann nur ein Traube- und Cooling-Tabak sein. Und das ist für Traube-Minze-Liebhaber, wie zum Beispiel mich, absolut keine Option. Zum Glück hat der Holzer-Traube-Minze zum Beispiel auch noch den Shot mit dabei. Da habt ihr dann auch eine richtige Minze. Aber bei dem Fock Your Life Traube-Minze habt ihr dann natürlich auch eine richtige Minze mit am Start. Und natürlich wären Sorten wie die marokkanische Minze, die wir uns gerade angemischt und gebaut haben, gar nicht möglich mit TPD. Und das ist sehr, sehr geil, dass Fock Your Life uns diese Sorten eben wieder hier zurückgebracht hat und wir die wieder am Start haben. Die marokkanische Minze ist übrigens einfach genau das, ein Minztabak. Der ist nicht ultra kalt, aber er hat auf jeden Fall eine Minz-Frische am Start. Schmeckt wirklich wie ein süßer, geiler Minztee, den man sich in der Shisha-Bar zu seiner Shisha noch dazu bestellt. Für mich gerade jetzt, wo es langsam wieder wärmer wird, ein hervorragender Tabak. Den kann man im Sommer draußen sehr, sehr gut rauchen und es ist natürlich ein perfekter Tabak zu mischen. Literally an alles Fruchtige kann man immer einen Schuss von dem marokkanischen Minze dran machen und das ist fast immer geil. Wobei ich sagen muss, ich rauche den sogar extrem gerne pur. Gerade jetzt im Sommer, wenn es wärmer wird, ist das einfach ein super nices Ding. Das heißt, wenn jetzt also die normale Base am Start ist, dann auch die Natural Base am Start ist und hoffentlich irgendwann auch noch die Dark Base am Start sind, haben wir wirklich ein sehr, sehr schönes Baukastensystem, wo wir uns immer unsere Tabaksorten, sprich Aromen raussuchen können und dann auch noch die Grundlage, wie stark willst du rauchen, wie viel Nikotin soll in deinem Tabak sein. Und das ist einfach ein geiles Prinzip. Da noch dieser Bonus dazu, dass es natürlich ein bisschen günstiger ist, weil nur der Tabak versteuert wird. Das heißt, bei der Hukain Base zahlt man praktisch die Tabaksteuer nur auf die 75 Gramm Tabak, obwohl man natürlich am Ende trotzdem über 200 Gramm raus hat. Wir haben 130 Milliliter von der Molasse und wir haben 75 Gramm von dem Tabak. Das wurde ja auch nochmal geändert. Bei 70 Gramm haben viele gesagt, das ist mir zu wenig, das ist dann zu feucht. Ich fand es auch vorher gut, muss ich ehrlich sagen. Mir stören aber die 5 Gramm mehr Tabak, die ich da jetzt mehr habe, definitiv nicht. Von daher ist das absolut in Ordnung. Aber wir haben eben einen günstigeren Preis, als würde man sich mit der neuen Steuerbanderole einen fertigen Tabak kaufen. Wir haben das Baukastenprinzip, wir haben die Preisersparnis und wir haben TPD-Umgang. Und das ist auch der Grund, warum in meiner letzten Top 10 drei Sorten von Fog Your Life dabei waren. Ich finde es sehr, sehr geil. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare, falls ihr Fog Your Life schon probiert habt. Würde mich mal interessieren. Vielleicht schreibt ihr auch gerade noch eure Top 3 Lieblings-Fog Your Life-Sorten dazu. Würde mich mal interessieren. Das war es von mir mit dem Fog Your Life und dem marokkanischen Minze. Wenn euch das Video gefallen hat oder vielleicht helfen konnte, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut. Eure Shisha WG.